Herzlich Willkommen bei Ingenialispeer. Es ging schon los, aber es war zum Glück nur... Andi ist da, er fährt schon. Ok, kurz nach dem Start... Oh, hier, guck mal, da gibt es sogar Kohle jetzt hier. Es geht heiß her. Ah, da ist Andi. Ja. Da ist der Biber, der Goldene. Ok, das war der Fallschirm, muss man... Hier fährt er bei mir? Da! Auf Biber! Immer schön vorne auf der Motorhaube fahren. Probiert die immer vorne zu treffen, dann gehen die schneller kaputt. Ja. Haha, geil, ich hab die runter hineinheben. Ja, das ist schlimm, da wird die Karte kurz rot. Los, 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 los. Alter, das macht gar nichts, also ein Krieg gibt es wie Delta. Hahaha. Andi soll lachen, ne? Ich finde das so geil, Alter. Hahaha. Hahaha. Also, was lachen bei Andi? Das ist der Hammer. Ey, ich bin außer Platz, Jungs. Hahaha. Ja, ok, wenn Andi lachen, ne, dann müssen du sogar helfen, ne? Ja. Aber meins und Janssens hält viel aus, ne, ja? Ja. Ja. Lachen. Hahaha. Eingeschubst und eingedränglich. Ja, die holen jetzt alle auf mich drauf. Ja. 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 Ja, ich bin mal einer hier. Oh, bischen. Ähm, dann kommen wir hinten rein. Hahaha. Ja, Alter. 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 Hahahaha. Klipp. Hahaha. Hahahaha. Hahahaha. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. Hahahaha. Hahahaha. was sie was machen etwas die plätze umstehen da kann kannst du die formierung damit das heraus weil aus dem spielfeld weg ist der muss nicht alle reinkommen irgendwie wenn ein auto noch fährt fahr wieder rein bei wut will ich verstören bin ich da auf dem platz am anfang wollte keiner haben jetzt guckt ja was daraus geworden ist am anfang haben wir auf die rücklichter geachtet jetzt gucken wir zuerst und jetzt hinten mein auto jetzt nicht mehr jetzt so frei und wie war der flug war der wenigstens gut ja dann gucken wir mal auto von hinten an ok ich lieg auf dem dach leute ja warte ich schub sie um alles gleich lag auf dem dach alle auf bieber was sie schon drüber gesprungen ja geil der erste brennt ja gut aber das ist ja hier brennt reifen hinten und ein motor der nächste brennt ja aber richtig ok das war es mit der brennerei brennt der nächste hier vorne pass auf der fliegt in die luft ja haut ab haut ab ja der will noch die leute mitnehmen pass auf nicht von mich kriegt er nicht noch einer und da brennt noch jeder ja zwei drei soja jetzt brennt dreier achtung drei brenner autos aus dem zeit ja ich nicht ich brennt noch nicht und potato für arme ja wenn du kein feuerzeug hast nimmst dir ja ja nimm dir mal das feuerzeug ich gehe auf den roten der roten ja bin ich ja ja der nächste brennt ja oh schade ich wollte gerade was darf ich noch machen hier ist noch ein roter der roter in gelb ne der andere roter bin ich ja 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 der mango der roter mit den gelben fahrern der neue auto hier äh da nimmt sich ein neues auto der neo da soll er sein oh schade okay ich bin auch raus heute fest schade ich bin auch schon weg der neo hat sich ein neues auto genommen das war der scheiß das ist auf jeden fall gegen die regeln das ist auf jeden fall gegen die regeln ach ne der stellt sich hier vorne im links drin dass keiner raus fährt ja ja ich bin auch raus das ist auf jeden fall ich fahr noch Leute ich muss leider zurück ich bin auch hier passt dich auf hol dir den anderen der andere bin in die Ecke hol ihn dir hol ihn dir hol ihn dir du bist ein verräter ok bananenpflücker dann brenn du mal entweder ganz oder gar nicht der von der gegner drin nur noch dieser rote wir färten jetzt noch so ist nicht mehr wir haben jetzt gewonnen er fährt noch der team fährt noch den musik eine volle stellen irgendwie die wasserwehr schon weg die wasserwehr ist nicht mehr da sie kann nicht mehr helfen er hat aber schon kein hinterreifen mehr ich bleibe hier am rand mein freund die freund noch nicht ich glaube muss die feuerwehr werden ja ein reifen brennt schon gleich naja ist egal einmal erst einmal zweiter alles gut darum ja alles gut die wasser schon da sie kommt jetzt würde ich sagen also richtig gemacht jetzt kommt ja wohl das war die autos der seite geräumt ja war da der mango oder wie heißt ja irgendwie so wer der letzte ja das war ja basti guck mir das noch ein bisschen an und dann damit verabschiede ich mich dann auch mit diesen bildern das war ein sehr cooles teile diesmal hat richtig spaß gemacht also top mit verbindeten crews zu spielen einfach nur weil keine station mehr sagen ich also dann hier mal danke fürs zu gucken